Und hier ist Paola mit den Trixis aus Wanne Eickel unter uns. Ich wollte bei Madame Kullerauger aus der Schweiz nicht neutral bleiben und gestand ihr, dass sie der Traum meiner moderationslosen Nächte wäre. Aber zu spät. La 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 Hört euch die Geschichte an, vom Teufel und dem jungen Mann. Es war einmal ein junger Mann, der trieb es leider ziemlich bunt. Der Teufel kam, um ihn zu holen, dafür gab es manchen Grund. Der junge Mann hat wohl gewusst, dem Teufel macht das Wetten Spaß. Drum sagte er, ich weiß ein Rätsel, was ist das? Man kann es nicht hören, man kann es nicht sehen, es tut oft weh und es ist auch schön. Es ist kein Wein, doch es geht ins Blut und es tut, es tut so gut. Es ist kein Gold, doch es macht reich, ein Herz aus Eisen geht davon breit. Es ist kein Feuer, aber es brennt. Sag mir, wie man das nennt. Der Teufel fing zu raten an. Ich glaube, es könnte ein Ufo sein, ein Nachtgespenst, ein Zaubervogel. Doch er hörte stets ein Nein und schließlich sagte er voll Wut. Mir reicht jetzt diese Raterei, wenn du mir nur die Lösung sagst, geb ich dich frei. Man kann es nicht hören, man kann es nicht sehen, es tut doch weh und es ist doch schön. Es ist kein Feuer, aber es brennt. Sag mir, wie man das nennt. Es ist schon alt und immer neu. Es fängt dich ein und macht dich frei. Es ist etwas, was der Teufel nicht kennt. Etwas, was man Liebe nennt. Man kann es nicht hören, man kann es nicht sehen, es tut doch weh und es ist doch schön. Es ist kein Feuer, aber es brennt. Es ist das, was man Liebe nennt.